Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und wir machen weiter bei D-Spawn City. Wer wissen möchte, was das für eine Stadt ist, guckt mal in die Videobeschreibung. Da ist eine kleine Playlist und eine kleine Beschreibung dazu. Wir legen los mit. So, das war letztes Mal unser Anliegen. Wir haben hier hinten diese ganze Stadt entwickeln lassen, beziehungsweise groß gemacht. Jetzt sind auch die Einwohner krass gestiegen. Und hier ist halt immer noch ein bisschen Stau. Das lassen wir jetzt aber erst mal. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Weil zum anderen würde ich fast schon sagen, dass wir die Straße wieder ein bisschen attraktiver machen für die Autofahrer. Weil die hatten wir ja vorher ein bisschen unattraktiv gemacht, weil hier zu wenig oder zu viele hergefahren sind. Vielleicht machen wir hier die Straße ein bisschen schneller, nehmen die Maut weg und gucken mal, was dann passiert. Und zum anderen, warte mal, habe ich hier oben einen Kreisverkehr, einen unterirdischen Kreisverkehr gebaut. Sieht ja zwar nicht so schön aus, aber ich wollte hier nicht oberirdisch halten. Aber ich wollte in der Ecke Auf- und Abfahrten haben. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Kann man eventuell nochmal anders machen, sollte man die Kacheln hier oben kaufen. Aber eigentlich, obwohl das echt schlecht wäre, hier unten die Kacheln zu kaufen, wäre das die bessere Wahl. Weil mal angenommen, hier wäre eine riesige Stadt, kann man da nicht so gut hin. Also klar, man kann da hin, aber man müsste alles umbauen, weil man halt von der Autobahn aus immer Wege hier rüber fahren müsste. Oder wir müssten irgendwo eine Autobahn, hier vielleicht ein Vierer-Autobahn-Kreuz machen, wovon dann eine hier runter geht. Würde auch gehen. Wäre aber krass. Schreibt ganz gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So, wir waren jetzt hier dran. Ich habe ja zum einen das Gebiet hier gemacht, wo ich jetzt ganz gerne kleine Wohngebiete machen wollen würde. So, und dann werden wir das neue Gebiet entwickeln, was oben am Hang ist. Warte, hier auch? Hier? Nee, da nicht. So? Ja, so ist gut. Weil da ist nämlich richtig viel los, beziehungsweise wollte ich da, dass da richtig viel los ist. Ich würde da gerne irgendwie eine Spezialisierung machen, entweder Tourismus, was eigentlich super krass ist für das Gebiet, oder Freizeit, also eins der beiden Sachen, was eigentlich immer ordentlich Traffic bedeutet. Und das wäre bestimmt mega interessant da oben. Warte mal, kann ich hier noch ein paar kleine Bütchen hinbauen? Hier ist auch so viel los, das ist echt krass. Da auch nochmal eine kleine Bude hin. Hier machen wir auch nochmal eine kleine Bude hin, weil das ja voll laut ist eigentlich. Dann machen wir hier auch nochmal eine kleine Bude hin. Um die große Straße, oder um die etwas breitere Straße ein paar Bütchen. Und hier machen wir wieder kleine Wohngebiete hin. Hier sieht man ja auch schon, hier fahren schon so viele Leute durch, hier sind ja gar keine Häuser. Aber bald sind hier Häuser und dann wird es interessant. Nee, warte, die sehen kacke aus, die Häuser, die will ich nicht. Das ist gut. Weil die zu sehr am Hang ist, obwohl geht, ne? Ah, nee, lassen wir es. Ich sehe mich schon wieder am Bügeln. So und so. Also wir könnten ja auch hergehen. Ich wollte ja auch noch einen Frachtflughafen bauen. Der wird ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen größer. Und wir könnten hier hergehen. Und diesen Fluss wegbügeln. Nee, ist keine gute Idee, oder? Das war hier auf der anderen Seite der Autobahn nochmal das andere Flughafen, den anderen Flughafenbereich haben. Oder wir müssen den irgendwo hier rein quetschen. Könnte sogar gehen, dass hier so eine Art Frachtflughafen ist. Dann wäre hier auch ein Viererkreuz. Oh Mann, das wird super krass. Okay. Eure Ideen wie immer in die Kommentare. Jetzt mache ich nochmal folgendes hier hin. Dieses unterirdische Autobahnkreuz hat auch eine Abfahrt in die Richtung. Glaube ich jedenfalls. Erstmal nur eine normale Zwei-Schule. Ich hoffe, hier fahren nicht so viele hin. Ja. Alles wieder kaputt. Warte. Oder wir machen die Straße. Die führt hier eh hoch. Dann geht die so runter. Halt in den Berg rein. Oh. Dann um die Ecke rum. Und dann hier hoch. Oh Mann, da bin ich jetzt gespannt, was da passiert. Und demnach müssten wir eigentlich noch die Straße ein bisschen breiter machen. Ich glaube, ja. Ganz krasser Wandel in dieser Stadt. Ähm, den hier. Und bitte oben. Ja? Ja? So ist gut. Wie gesagt, jetzt sind hier zwar einiges an Gebäuden dadurch weggegangen. Oder auch das große Gebäude wird das wegploppen. Aber so im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ganz chillig dann. Ich meine, gut, sagen die Leute, die jetzt arbeitslos sind da drin, wahrscheinlich nicht. Aber alle anderen vielleicht. So, das ist da. Hier auch. Das passt jetzt nicht mehr ganz, ne? Aber wir können hier so ein kleines Gebäude hinmachen. Da fehlt hier nochmal einer. Und dann haben wir es. Jetzt noch die Ampeln weg. Ampeln weg. Pfeile weg. Zum Beispiel nicht weg, sondern richtig machen. So. Aber da fahren schon relativ viele. Okay. Vorführend. Gerade erzählt. Schon weg. Aber will hier nicht mal einer abfahren? Leute. Theoretisch, wenn da einer abfahren möchte, müsste der schon hier hinten. Hier auf der rechten Seite sein. Guck mal. Am Rand ist immer geil. Die Flugzeuge warten darauf, bis sie ihren Einsatz haben. Normalerweise ist das ja im Nebel. Durch die Modifikationen, die wir drauf haben, können wir das hier sehen. Was jetzt nicht sonderlich schlimm ist. So. Mancher kommen da auch Leute raus. Die setzen sich dann hier ins Auto und fahren dann los, ne? Oder hier bremsen. Oh, hier sind wir am Ende der Map. So. Und dann steigen die da aus. So. Gut. Abfahren tut dann noch nicht so viel. Aufwand auch nicht. Aber das war ja gar nicht unser Masterplan, muss ich sagen. Oh, warte. Einen noch. Warte. So. Ja doch, jetzt waren da ein paar mehr drauf. Das war ja gar nicht unser Masterplan, sondern unser Masterplan war folgendes. Dass wir auf der anderen Seite dieser wunderschönen Straße, warte mal. Also da werden wir wahrscheinlich auch mehr Traffic erwarten. Aber ich überlege gerade, wie die rausfahren. Ob die erstmal hier rausfahren und dann darüber fahren, weil hier oben soll ein komplett neues Gebiet hin, was richtig hart ausgebreitet wird. Ich überlege gerade, ob wir hier noch einen Kreisverkehr hinmachen, damit man das hier verteilen kann. Weil wie gesagt, wenn jetzt hier noch ein Freizeitgebiet hinkommt, dann ist es vorbei, ne? Dann geht ab, Alter. So, warte mal. Ich habe hier extra die Schienen außerhalb oder draußen gelassen, nicht außerhalb. Klingt irgendwie falsch. Das auch, weißt du, du hast eine 8-Meter-Brücke. Eine 8. Das ist schon viel. Aber in Cities ist das irgendwie verdammt wenig, muss ich sagen. Ah, warte mal, bevor wir jetzt hier wieder irgendwann strugglen. Wir gehen jetzt mal in den Traffic Manager rein. Hier könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Das Spielerlebnis. Hier könnt ihr die dynamische Fahrspur. Warum ist hier noch nicht oben gewesen? Mein Gott. Vielleicht sind ja jetzt coole Ampel. Oder alles bricht zusammen. Wir werden gucken. Erinnert mich aber daran, dass ich es umgestellt habe. Sonst ist es halt immer blöd. Es gibt etwas. Hier. Womöglich Ampeln automatisch hinzufügen. Bäm. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Das heißt, Ampeln werden nicht mehr automatisch gesetzt. Wenn ich eine Ampel haben möchte, muss ich die halt aktiv auswählen. Und ich sag mal so. Aktiv, meine lieben Freunde. Äh. Der Brücke. Vielleicht können wir auch einen Tunnel machen. Warte. Ich habe jetzt einen Tunnel gebaut, den es so in Cities eigentlich gar nicht gibt. Normalerweise muss da drunter immer ein Stück Straße. Habe ich jetzt da weggemacht. Weil so sieht es irgendwie noch cooler aus. Jetzt kann ich nochmal ganz kurz gucken, ob die Höhe passt. So. Und dann haben wir eine perfekte Unterführung unter einer Schiene. Okay. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ich hatte irgendwie Autobahn im Kopf. Stimmt aber gar nicht. Aber zumindest kann der Ziel der Zug erfahren. Und hier würde ich auch ganz gerne noch einen Bahnhof reinbauen. Also nicht jetzt, aber später. Oder sollen wir jetzt einen Bahnhof reinbauen? Weil hier kommt ein neues Gebiet hin. Ein Freizeitgebiet, will ich mal behaupten. Und ich hoffe, dass das hält. Also ich glaube, das gibt ganz schön, ne? Äh. Na jetzt nochmal ganz kurz zu dem Bahnhof. So, wir haben einmal den normalen Bahnhof, den wir setzen könnten. Mit Umgehungsgleis. Oder wir nehmen einen der neuen Bahnhöfe. Die ich halt immer suchen muss. Aber ich glaube, hier waren die drin. So, wir nehmen jetzt einen Bahnhof Alter Markt. Ist glaube ich ein bisschen krass, ein bisschen hoch. Dann Transportknoten. Ist vielleicht auch ein bisschen krass. Ist ein Endbahnhof, wo sechs Spuren sind. Habe ich noch nie richtig benutzt. Leider so Riesenbahnhöfe schon. Aber nicht so, wie man es eigentlich machen sollte. Finde ich ehrlich gesagt schade. Unteredischer kleiner U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Das kommt später. Ähm. Hier, oder? U-Bahn? 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 Ich glaube, die waren hier vorne, oder? Hier. Bahnhofsknoten mit Übergang. Oh, warte mal. Was ist das denn? Das sieht ja mal richtig gut aus. Bahnhofsknoten. Ich glaube, da haben wir U-Bahn und... Ein Bahnhofknoten mit mehreren Bahnsteigen. Auf zwei Ebenen. Um Schienen. Ach nee, das ist auch vier Stück in verschiedene Richtungen. Ist halt auch nicht das, was wir gerade wollen. Ah, hier sind die Bahnhöfe. Erhöhter Umgehungsbahnhof. Alter, der ist ja wie dafür gemacht. Krass, den packen wir hier rein jetzt. Jetzt ist auch geil, ne? Das ist einfach so dumm. Ich fummel mir da gerade eins zurecht und passt auf, was jetzt passiert. Passt auf. Hatte, eben den Zug durchfahren lassen. Dann Pause machen. Oh, scheiße. Der rote Vogel war noch aktiv. So hat keiner gesehen. Ich habe hier nur ein bisschen gebügelt. Habe ich vorher nicht gemacht, weil da die Schiene war. Ich hoffe, hier schwappt kein Wasser rüber. Das wäre echt doof. Ich glaube, da schwappt bald Wasser rüber. Da müssen wir vielleicht noch hier ein bisschen anhöhen. Erhöhen. Und dann klappt das. Im Nachhinein hätte man hier, glaube ich, die Kante als Kante nehmen sollen. Aber macht ja nichts. Passt schon. So, wir brauchen jetzt diesen wunderschönen Bahnhof, den wir gerade hatten. Das war der hier. Den packen wir jetzt hier schön in die Mitte fast. Ist das die Mitte? Natürlich nicht ganz. Aber schon mal gut. Und für die Leute, die sagen, ja, ein Umgehungsgleis wäre cooler an der Stelle. Kann nicht beruhigen. Da ist ein Umgehungsgleis drin. In dem Bahnhof gibt es mehrere Möglichkeiten, aneinander vorbeizufahren. Und das machen meist auch die Züge. So, kam da dran. Und das meinte ich jetzt gerade. Hab schön eine Schiene drumherum gebaut. Und jetzt ist das Ganze wieder erhöht. Und jetzt müssen wir allerdings unter die Autobahn drunter. Um dann da unten dran zu kommen. Achtung. Warte, wir nehmen jetzt den. Ah ja, cool. Ich weiß, die Steigung ist halt immer ein bisschen krass. Aber so ist das nun mal in Cities. Hier die Steigung geht. Die haben wir schön hingekriegt. Und hier sind ja voll die krassen Häuser entstanden. Boah, hier darfst du aber auch nicht den Arm aus dem Fenster halten. Egal ob im Gebäude oder in der Bahn. Das wird schon kritisch. So, was ist hier passiert? Das wächst und gedeiht. Langsam aber sicher. Auch hier fährt der Airport Express wieder rum. Das ist so schön einfach. Oh, der Stau ist weg an der Stelle. Hier ist ein neuer Stau. Okay. Aber wir haben nichts gesehen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. So, warte. Jetzt haben wir hier. Ist das derselbe Bahnhof wie da? Ich glaube nicht, oder? Ne, da ist ein größerer. Da laufen einfach so viele Leute raus, ne? Das ist unglaublich einfach. Generell fehlt hier an Wasser und an Strom. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir bauen jetzt erstmal hier nochmal eine Straße ein, die in die Richtung geht. die dann hier runterfährt auf den Kreisverkehr. Und dann gucke ich mal, was da jetzt generell rauskommt. Also so. Ne, warte. Ach so. Ah, doch. Geht wohl. Ich wollte gerade sagen, geht ja gar nicht, weil ich halt so viel da rum gemacht habe. Aber stimmt gar nicht. Geht wohl. So. Anderes Ding wieder. Wir fangen oben an. Gehen dann im 90 Grad Winkel nach unten. 10 lang. 12 tief. Und gehen dann hier an den Kreisverkehr dran. So. Was fehlt hier noch, damit man das Gebiet hier oben gut nutzen kann? Richtig. Eine sogenannte Kaimauer. Und auch hier wieder die Sache. Frage. Ich weiß nicht, was der Kaimauer damit zu tun hat. Aber wir bauen jetzt mal hier rein. Ich weiß, der war richtig dumm wieder. Aber passiert, ne? Passiert. Dann, äh, machen wir den hier. 180 Grad. Hier nochmal 90. Obwohl das andere waren auch 90. Warum hat der eine 180 Grad von da oben? Alles gut. Was einfach gerade ist. So. Und dann hier nochmal ein bisschen gerade. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Ich meine gerade auch für ein Gebiet, was ein bisschen, äh, ja, so Freizeitgebiet ist, glaube ich, wenn man hier oben, sag ich mal, so Hotels oder so hat. Oder auch Freizeitcafés. Äh, solche Sachen, Freizeitaktivitäten, dann ist das schon ganz cool, wenn man hier oben ist. Vielleicht nehmen wir auch mal einen der neuen Kaimauern, wo man auch langlaufen kann. Da sind nämlich die hier. Die gab es halt bei diesen Brücken DLC. Die sind natürlich ein bisschen krass, glaube ich. Können einmal schauen. Die Mauer kriege ich nie mehr so cool hin, wie sie jetzt war, ne? Nämlich so. Also, auch wenn da kein Geländer ist. Und normalerweise wäre das ja, glaube ich, nur im Bereich von Wasser. Dann wäre das echt schon cool, oder? Vor allem, weil da auch schon ein Weg drin ist. Ich glaube, das behalten wir so bei. Ich muss nur mal gucken, dass das parallel zu dem ist. Das werde ich jetzt nochmal Offscreen machen. Und wenn ihr nächstes Mal einschaltet, ist hier eine wunderschöne Mauer am Start. Oder wir machen jetzt schon mal die Straße dahin. Damit wir dann nachher das Ganze da dran ausrichten können. Also, wenn man so macht. Warte. Die Gebäude müssen ja davor auch noch passen. Und hier haben wir dann nachher auch noch so ein kleines Grid. Kleines Grid ist gut. Warte. Ich baue mal ganz kurz das Grid auf. Griddly diddly. Nee, da wäre eigentlich schon die große Straße, ne? Die hier. So. Und anhand dessen kann man jetzt hergehen und hier die Kaimauer ziehen. Weil ihr seht ja, das ist nicht ganz gerade. Und deswegen sollte das auf jeden Fall nachher nochmal begradigt werden vielleicht. Oder wir machen das jetzt. Wäre eigentlich auch ganz cool. Ein bisschen weniger noch. So. Und. Ja, zumindest so ein bisschen die Kante ist hier vorne raus. Kann man nachher nochmal machen, wenn die Kaimauer einmal steht. So, wir haben jetzt. Wo müssen wir vielleicht. Ja, machen wir später. Okay. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten hierbei. Man kann so einen stufigen Stadt-Kai machen. Der ist aber glaube ich zu krass. Den einen fand ich schon mal nicht schlecht. Oder man macht jetzt so eins. Einfacher Stadt-Kai. Wie aus Paris. Aber mit so einem Gehweg da dran finde ich glaube ich ganz, ganz geil. Aber der Gehweg ist halt nur eine Einbahnstraße. Was halt doof ist. Deswegen müssen wir da was anderes nehmen. Entweder. Ja, ich glaube wir müssen echt den hier nehmen. Da kann man oben in die eine Richtung und unten in die andere Richtung. Kann aber von der Abstufung her ein bisschen krass aussehen. Wir gucken einfach mal. Das meinte ich. Wobei es ja echt geil finden würde, wenn das passt. Aber wir können ja das Ganze nochmal so bügeln, dass es letztendlich passt. Das würde ja auch noch gehen. So, das heißt hier mal ganz kurz. Das ist aber echt parallel. Das ist echt geil. So, warte mal. 15. 15. Und hier dann gerade. Oh, das wird jetzt aber Präzisionsbügel arbeiten, glaube ich. Weil normalerweise ist das halt dafür, dass das nicht im Gebirge ist, sondern am Wasser. Und das ist glaube ich unser Problem, was wir gerade haben. So, warte. Ja, ich werde jetzt versuchen da nochmal irgendwie das so zu bügeln, dass es auf jeden Fall aussieht. Vielleicht muss man da auch einfach das Glättungstool nehmen, bis hier vorne das passt. Und man kann hier auf jeden Fall ein bisschen glätten. Und da müssen wir halt noch ein paar Treppen darunter bauen. Aber die kann man einzeln austauschen, die Segmente. Und dann hat man da halt auch ein paar Treppen am Start. Aber das ist schon schwierig, ne? Das ist schon nicht so ohne. So sieht es jetzt aus. Also vom Prinzip her hätte man es vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Aber eigentlich finde ich es so ganz cool. Hier werde ich noch ein paar Steine und ein paar Bäume machen, damit das noch ein bisschen abgeschlossen ist. Und hier vorne auf der Wiese sowieso. Genauso ähnlich wie hier in der Kurve. Und hier kommt auch noch ein bisschen was weg. Aber vom Prinzip her ist das so ganz gut schon abgeschlossen, beziehungsweise abgerundet. Und vor allen Dingen kann man jetzt auch hier oben in die eine Richtung und unten in die andere Richtung laufen. Zudem ein paar Treppen. Bin gespannt, wie die Leute das hier benutzen werden. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hau da rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.